Der Frühling ist in vollem Gange und mit ihm verändert sich unser Make-up und deswegen habe ich für euch die besten Blushes und Bronzer aus der Drogerie, die definitiv bei meinem nächsten Gang in die Drogerie einen Blick wert sind. Ich habe durch meine Make-up Sammlung geschaut und habe ein paar Schätzchen gesehen, die ich euch lange nicht mehr gezeigt habe. Und ich finde, das sind so Produkte, die gehören in jede Make-up Sammlung, wenn ihr euch für Drogerie Make-up interessiert. Die Drogerie hat sich in den letzten fünf Jahren massiv verändert und mir ist aufgefallen, dass viele Produkte mittlerweile in sehr hochwertigen Fabriken produziert werden. Und das bedeutet, dass viele Drogerie-Produkte in denselben Produktionsstätten produziert werden wie High-End-Produkte. Natürlich ist das eine andere Formulierung. Die Techniken dahinter und die Inhaltsstoffe dahinter zum Teil und die Grundinhaltsstoffe dahinter sind aber höchstwahrscheinlich dieselben. Und diese Drogerie-Produkte sind gut. Ich kann euch die Produkte immer leider schlecht verlinken in der Drogerie, weil die meisten von euch auch in die Drogerie gehen. Ich gucke, ob ich ein paar Alternativen online finde. Nicht jeder und jeder hat einen Rossmann, einen DM oder einen Müller bei sich in der Nähe. Ich gucke, was ich finde. Ich blende euch aber die Produkte immer ein und ich probiere euch auch immer schöne Swatches zu zeigen. Sagen wir, starten mit Blushes. Und ich liebe, liebe, liebe Blushes. Deswegen starten wir mit einem von L'Oreal. Ich habe immer mal so ein bisschen probiert zu schauen, dass wir verschiedene Farben haben, aber auch besondere Texturen und besondere Farben. Und dieser Age Perfect Blush von L'Oreal ist genial. Das ist ein sehr schöner, tragbarer Rosenholzton, der so ein bisschen in die etwas kühlere Richtung geht. Er ist nicht so laut, er ist nicht so schrill. Und ich muss dazu sagen, vielleicht habt ihr darauf Lust, diese Age Perfect Reihe interessiert mich massiv. Nicht nur, weil ich finde, dass die Formulierungen dort anders sind, sondern aber auch, weil ich diesen Vibe der Brand oder der Untermarke sehr, sehr gerne mag. Dieses Erwachsene, dieses Ich fühle mich schön, aber ich fühle mich nicht verkleidet, was ich bei anderen Marken immer ganz gerne mal sehe. Wir haben auch ein paar Produkte, die schreien natürlich. Aber das ist so eine Farbe, die sehr erwachsen ist. Sie ist sehr leicht auf der Haut, ist nicht beschwerend, sie ist auch nicht so krass pigmentiert. Also ihr könnt die Farbe nur noch ganz leicht sehen. Ich glaube, da könnt ihr es sehen. Es hat einen sehr, sehr ähnlichen Unterton wie mein Bereich hier. Ich finde, das ist immer eine schöne Möglichkeit, zu schauen, welche Farbe einem steht. Habe ich neulich auch gesehen, wenn man seine Fingerkuppe drückt und die sich mit Blut füllt. Diese Farbe ist angeblich die passendste Farbe für Blushes und Lippenstifter. Und ich finde, dass diese Farbe hier meinen Fingerkuppen schon sehr, sehr nahe kommt. Schöne Textur L'Oreal Age Perfect ist ein bisschen teurer im Verhältnis zu anderen Marken aus der Drogerie. Die Formulierungen funktionieren aber sehr gut, wenn ihr vielleicht schon etwas reifere Haut habt. Oder ich setze das jetzt nicht negativ gleich, sondern von den Anforderungen gleich eine sehr texturierte Haut habt. Ihr habt vielleicht Akne, ihr habt vielleicht Unterlagerungen, ihr habt vielleicht Narben im Gesicht, die mit schimmernden Produkten immer nicht so gut vielleicht funktionieren. Da ist die Age Perfect Reihe sehr, sehr gut. Bitte nehmt mir das nicht despektierlich oder seht mir das nach, wenn ich das so formuliere. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ihr kennt mich. Ich meine das natürlich nicht negativ. Ich will nur helfen. Passend dazu als günstigeres Pendant dazu ist von Rival de Loup die Farbe 02 Hibiskus. Übrigens hier vom L'Oreal Age Perfect war es die Farbe Rosewood. Die sehen sich sehr, 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 sehr ähnlich. Der von Rival Loves Me hat einen etwas höheren Weißanteil mit drin, ist aber deutlich pigmentierter. Er sieht auch im Vergleich daneben ein bisschen orangener aus. Es ist eine günstige Alternative, deswegen habe ich ihn mit dazu genommen. Du kannst kaum einen Unterschied erkennen. Ich würde ihn schon fast als Dupe bezeichnen. Das ist eine Farbe, die funktioniert bei sehr, sehr vielen Hautfarben sehr gut. Bei dem, wenn ihr etwas dunklere Haut habt, würde ich eher zu dem L'Oreal tendieren, weil der nicht so einen hohen Weißanteil hat. Die Base ist meistens weiß und dann kommen die Farbpigmente zusammen. Der ist bei Rival Loves Me natürlich ein bisschen höher, weil weiße Pigmente sind auch günstiger als bunte Pigmente. Die würde ich aber gleichsetzen. Ich habe in diesem Video nur zwei Creme-Produkte mitgenommen und die stehen stellvertretend für die Farben. Einmal hier von ELF. ELF bekommt ihr bei Douglas oder online. Es ist aber preislich Drogerie, deswegen habe ich es mit reingenommen. Ich glaube, die liegen bei 7 Euro und ihr braucht, die kann man kaum verbrauchen. Das sind die Luminous Putty Blushes. Die gibt es auch in Nicht-Luminous. Da ist dann kein Schimmer mit drin. Das ist die Farbe Belize. Ein sehr, sehr cremiger Ton. Er ist schon fast ein bisschen wachsig. Also wenn ihr dieses Rutschige nicht mögt, ist das eine gute Sache. Dennoch, ich packe ihn euch mal hier hin. Auch hier farblich wieder. Ihr merkt es, das ist so mein Farbspektrum an Blushes. Ein sehr rosiger, aber deutlich peachigerer Ton. Also der geht schon sehr in die Rosé-Richtung. Hat einen leichten Pfirsich-Unterton. Sieht aber, er ist deutlich peachiger und aufgrund der Konsistenz und des Schimmers wirkt er auf der Haut viel, viel frischer. Also wenn ihr eher cremige Texturen mögt, probiert unbedingt die Elf Blushes aus. Die sind günstig, die halten ewig und die sehen toll auf Haut aus. Und der Schimmer ist sehr, sehr fein. Das heißt, auch mit texturierterer Haut funktioniert er gut. Eine Farbe, die ich unglaublich schön finde und viel zu selten benutze, ist von NYX die Sweet Cheeks Matt Blushes. Die sind matt. Die sind richtig, richtig matt. Sind auch wieder ein Stückchen teurer, aber das ist die Farbe Bang Bang. Ein sehr, 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 sehr dunkler Ton, der trotzdem gut funktioniert, wenn ihr heller seid. Das ist natürlich ein Blush für Mäuse mit etwas dunklerer Haut, aber wenn ihr sehr hell seid, nehmt nur eine ganz, ganz kleine Menge. Das ist ein sehr dunkler, er geht schon fast in die Rotwein-Richtung. Er ist sehr pigmentiert. Das finde ich bei Blushes immer ein bisschen schwierig, aber auch hier. Alles ist gemutet. Also es ist nicht leuchtend und es ist sehr erwachsen. Kann man gut tragen. Was ich mit diesem Ton sehr, sehr gerne mache, ist, weil er so pigmentiert ist, ich benutze diesen gerne auch als Lidschatten. Und das ist das, was ich neulich ja schon mal gesagt habe. Ich wiederhole mich sehr, sehr oft, aber daran solltet ihr vielleicht merken, dass ich diese Tipps auch wirklich ernst meine und nicht halt immer irgendwas Neues aus den Fingern sauge, damit ich irgendein spannendes Thema habe. Sondern wenn ihr den als Blush und als Lidschatten benutzt, vielleicht sogar Richtung Herbst hin, das ist ein perfekter Look. Brauner Liner, schwarzer Liner, braune Mascara, schwarze Mascara, ne dunkle Lippe, boom, fertig, mega Herbstlook. Und das ist ein Ton, der funktioniert sehr, sehr gut. Das Schöne bei Blushes ist, und da muss ich mich auch so ein bisschen selber anstrengen, Blushes leer zu kriegen, ist natürlich schon eine Meisterleistung. Also wer schon jemals einen Blush aufgebraucht hat, der wird wissen, wie schwierig es ist. Ich struggle ja schon bei Gesichtspudern. Übrigens trage ich heute eine neue Limited Edition auf dem Gesicht. Ich kann auch nicht sagen, welches es ist, aber sie ist ganz, ganz besonders wichtig. Alle Produkte in meinem Gesicht, außer die Lippen, sind aus dieser LE in der Drogerie, die kommt bald raus. Und zu guter Letzt aus der Blush-Reihe habe ich noch diesen hier von Catrice. Das ist der Cheek Lover Marbled Blush. Das ist so ein Ton, der ist beliebt und auch zu Recht. Auch hiervon gibt es mittlerweile eine günstigere Alternative von Rival Loves Me, glaube ich. Aber ein gebackener Ton ist ganz, 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 ganz anders. Ich packe ihn euch hier noch einmal mit dazu. Das ist Pink. Das ist Bubblegum Pink. Der sieht auf der Haut im Gesicht, wie ich finde, nicht ganz so krass aus. Du kannst ihn aber dazu bewegen, dass er so krass aussieht, indem du einfach ein bisschen mehr arbeitest und es nach außen hin diffust. Dieser Ton oder diese Textur vor allen Dingen, gebackene Produkte, werden komplett anders produziert. Die kommen in diese Verpackung feucht, so wie alle anderen, aber sie werden dann nicht getrocknet oder dehydriert, so wie Puderprodukte, sondern die werden gebacken. Dadurch wölben die sich natürlich auch so ein bisschen auf und die Pigmente legen sich einfach anders in das Produkt und somit dann auch auf eurer Haut. Pro-Tipp, wenn ihr gebackene Produkte nutzt, und davon gibt es sehr, sehr viele mittlerweile in der Drogerie, gebackene Lidschatten, gebackene Blushes, gebackene Bronzer, gebackene Highlighter, gebackene Banale, gibt das alles mittlerweile in der Drogerie. Nehmt ein Setting Spray, denn durch das Wasser da drin, in diesem Spray, verändern sich die Pigmente wieder und gehen in den Ursprungszustand zurück und sehen dadurch wieder wie so eine ganz satte Pastete. Pastete ist jetzt im Make-up-Vergleich nicht so schön, aber gebackene Produkte funktionieren am besten, wenn ihr sie wieder feucht macht und dann verdunstet das und dann legen sich die Pigmente aber wieder hin. Probiert es wirklich mal aus. Macht auf der einen Seite trocken, auf der anderen Seite feuchtet ihr es mit einem Spray wieder an und ihr habt einen komplett anderen Look. Denn das könnt ihr natürlich auch zu eurem Vorteil nutzen, indem ihr einfach sagt, okay, ich möchte heute ein bisschen matter sein oder ich möchte heute ein bisschen frischer aussehen. Das sind fünf Blushes aus der Drogerie, wo ich sage, definitiv ein Go. Ich habe noch ein Produkt, was ich gerne hier mit reinwerfen würde. Und ihr könnt es euch denken, das ist dieses Schätzchen hier, die Catrice X Maxim Giacomo Palette. Wer auch immer dieses Mäuschen ist, das ist gebacken. Das ist alles gebacken und das ist auch das, was ich an diesen gebackenen Texturen so liege. Vier gebackene Farben, passend auch wieder hierzu, die gibt es noch. Ihr findet ein paar Produkte noch bei Pyrish. Ich war gestern bei Pyrish, es gab noch 22 Lipglosse sogar. Ein paar Lidschatten Paletten, hiervon gab es glaube ich auch noch ein paar. Also Pyrish hat meine Kollektion auch noch. Das ist das Ziel, dass man auch, wenn man es vielleicht nicht zum Launch kaufen konnte, jetzt vielleicht immer noch nachkaufen kann. Hier habt ihr zwei gebackene Blushes drin, ein Highlighter und einen Bronzer. Der Bronzer ist eher so ein Semi-Bronzer, Bronzer-Highlighter. Sehr, sehr schimmernd. Wundervolle Kollektion. Teil zwei, die Bronzer. Und Bronzer ist etwas, was mir persönlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich liebe Bronzer. Bronzer geben mir aber immer wieder so einen frischen Look. Und wir starten auch mit dem, mit dem bei mir persönlich alles mit wirklich farbiger Kosmetik angefangen hat. Der Rival Loves Me Tropical Bronzer in der Farbe Waikiki. Hatte ich neulich auch schon mal gezeigt. Er riecht so ein bisschen nach Schokolade. Es ist ein sehr, sehr feiner Bronzer. Der ist im Vergleich recht warm. Ich swatche ihn euch einmal. Die Textur ist aber sehr, sehr cremig. Also die ist weich. Die ist sehr, sehr wachsig. Nicht im negativen Sinne, sondern wachsig im positiven Sinne. Sie legt sich sehr, sehr feucht auf eure Haut. Und sieht auch so ein bisschen reflektierend auf der Haut aus. Zeichnet also kleine Linien und Fältchen weich. Es ist kein Schimmer mehr drin. Aber dadurch, dass die Textur halt so fast schon cremig ist, wirkt er auf der Haut ganz besonders schön. Ich finde jetzt hier auf dem Swatch sieht er auch gar nicht zu warm aus. Meistens, aber das ist halt, ich glaube hier kann man es ganz gut erkennen, an dem Punkt, wo ich Druck aufgebaut habe auf dem Bronzer, ist er ein bisschen kühler. Und da, wo es ausdiffuse ist, also am Rand, und das ist ja das, was wir mit dem Pinsel tun, wird er ein bisschen wärmer. Also einen Swatch würde ich immer gar nicht so viel Wert drauf geben, beim Bronzer zumindest, weil die aus kalten und warmen Pigmenten bestehen. Wenn ich den Bronzer jetzt nehme und den nur ganz leicht daneben packe, ist er deutlich, deutlich wärmer als der Swatch, wo ich Druck aufgebaut habe. Also seid ein bisschen vorsichtiger, wenn ihr in der Drogerie ein bisschen swatscht. Einmal fest, einmal ganz, ganz leicht, nur wie so gepudert. Ihr seht dadurch ein ganz anderes Ergebnis. Toller Bronzer, ist auch bei weitem der günstigste. Ich habe hier einen Bronzer von L'Oreal, Bronze to Paradise. Der ist sehr, 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 sehr warm. Ich finde, man sieht es auch schon direkt im Vergleich. Aber das kann gar nicht so schlecht sein. Wenn eure Foundation farblich nicht so ganz passt, da könnt ihr sehen, es geht schon sehr stark in die Orange-Richtung. Und er hat hier einen Schimmer mit drin. Keinen groben Schimmer, aber reflektierende Partikel, die dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Bewegung geben. Das ist ein Bronzer, den ich benutzen würde, wenn ich weiß, okay, meine Foundation passt heute farblich nicht so. Die ist vielleicht ein bisschen zu gelblich. Die ist vielleicht einfach ein bisschen zu gräulich. Da nehme ich einen wärmeren Bronzer und kann das gesamte Gesicht ein bisschen aufwärmen. Zentriert an den höchsten Stellen. Und dann nehme ich den Rest des fluffigen Pinsels, der jetzt dran ist, und kann übers komplette Gesicht gehen. Und mit dem Pigment, was überall verteilt ist, kann ich dann übers gesamte Gesicht gehen. Der ist nicht so deckend. Also du brauchst ein bisschen mehr. Er gibt dir nur so ein, als wäre so eine kleine Bronzer-Fee über dein Gesicht geschwebt. Geschwoben? Geschwebt. Eins meiner Favoriten aus der Drogerie aktuell, ich glaube, es gibt ihn sogar noch, ich meine ja, ist von Catrice. Auch hier der Holiday Skin Luminous Bronzer. Catrice hatte den einmal in Liquid rausgebracht, fand ich nicht so gut. Der ist genial. Und das Schöne bei dem ist, der hat auch hier wieder diesen Luminous Aspekt mit drin, aber das siehst du nicht. Ihr habt erstmal ein schönes, das ist ein ganz, ganz neuer. Auch der ist sehr, sehr cremig, aber der ist pigmentiert. Ich würde den schon fast, ich setze ihn mal hier hin, als Dupe zu dem HTX Love Bronzer setzen. Ihr seht es, es sind ganz, ganz unterschiedliche Töne. Mit dem kannst Du sehr, sehr gut dieses Bronzer machen. Also eine halbwegs kühle, halbwegs warme Zwischennote zwischen Bronzer und Kontur. Ist auch perfekt, um es dazwischen so ein bisschen zu verblenden. Wenn Du beispielsweise erst ein Cream-Contour-Produkt benutzt und dann ein Paula Bronzer. Für dazwischen ist der sehr gut. Ich mag den Geruch ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich finde, er riecht sehr nussig. Nein. Kennt ihr noch die Didelblätter? Die Didelblöcke? Die hatten ja immer einen Geruch, aber die haben alle immer gleich gerochen. Das riecht nach Didelblöck. Sehr, sehr kühl, sehr, sehr pigmentiert. Ihr müsst damit sehr vorsichtig sein. Ich finde, das ist der beste Bronzer, um den, wie bei diesem Blush von NYX, den auch als Lidschatten zu benutzen. Auch die beiden Farben zusammen funktionieren sehr gut. Dadurch habt ihr wieder so ein bisschen was Mutigeres, ein bisschen was Dunkleres, Herbstlicheres. Toller Bronzer. Der ist ähnlich von der Textur her wie ein gebackenes Produkt. Funktioniert also auch sehr, sehr gut mit einem Spray. Und was man damit auch sehr gut machen kann, man muss damit aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr ein Setting Spray habt. Ich habe jetzt hier das von Asam. Am besten funktioniert es mit einem Wasserspray. Den Pinsel mache ich nass, gehe hier rein, ganz leicht, dürft nicht zu fest pressen. Und dann könnt ihr so einen creamy Bronzer-Ton machen. Es funktioniert mit Wasserspray am besten, weil dieses Hartpenn dann einfach nicht kommt. Das könnt ihr mit fast allen machen, mit dem funktioniert es aber ganz besonders gut. Dadurch habt ihr eine viel, viel leichtere Deckkraft. Ihr könnt es sehen, es ist so ein bisschen luminös geworden, es ist wieder ein bisschen frischer. Probiert es mal aus. Ein Produkt, was ich persönlich sehr schön finde, wenn ich sehr, sehr glowy haben möchte, ist von Essence. Der Sunkist Bronzer bei The Light. In der Farbe Sunkist. Das ist so ein Duo zwischen Highlighter und Bronzer. Ihr habt viele Flecken, die Highlighter sind. Ihr habt ein paar kühlere und ein paar wärmere Bereiche. Und wenn ihr alles zusammen mischt, habt ihr einen sehr, sehr leuchtenden Blush. Einige mögen das. Ich finde das auch manchmal gar nicht so schlecht. Er ist aber schon eher fast wie ein Highlighter. Also auch da wäre ich vorsichtig, den als overall, also als zentralen Bronzer zu benutzen. Eher, um ihn überall ins Gesicht zu geben, um so einen leuchtenden Look zu haben. Das können wir mal vorsichtig probieren. Einmal rein reicht. Und dann in der Hand einarbeiten. Und dann so ein bisschen über die Stirn und grobflächig über die Nase. Und ihr habt so einen leichten Schimmer. Ihr seid ein bisschen gebräunt. Und es sieht eher aus wie, es gibt auch von Art Deco, glaube ich, so einen Self-Tanning Mousse. So einen Selbstbräuner Mousse, was aber kein Selbstbräuner ist, sondern so eine Lack-Foundation für die Beine. Das ist die Puderform davon. Einfach ein bisschen Schimmer. Funktioniert sehr, sehr gut auch auf dem Dekolleté, weil die dunklen Pigmente darin nicht so hoch sind, sondern eher die schimmernden überwiegen. Und zu guter Letzt für die Mäuse, die sagen, ich will nicht so viele Produkte zu Hause haben. Ein Duo. Art Deco. Das ist die Farbe, das müsste die 10 sein. Das ist bei Art Deco immer doof. Bronzing Compact Powder. Ich glaube, das gibt es nur in zwei Farben. Das ist refillable. Also wenn ihr sagt, ihr braucht diese ganze Umverpackung nicht, dann kauft euch einfach diesen Compact. Der kommt dann so und dann könnt ihr euch eine Magnetpalette machen. Oder ihr bastelt euch eine aus Pappe. Funktioniert auch sehr gut. Man muss ja sparen, wo man kann. Zwei verschiedene Farben. Einen sehr, sehr hellen und einen sehr, 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 sehr dunklen. Beide im Vergleich sehr kühl. Ich finde, dass die schon fast perfekt sind zum Konturieren. Also nicht mal unbedingt Bronzer, sondern so ein Duo. Sehr kühl. Recht warm. Beide zusammen. Ich fokussiere mich dann immer eher ein bisschen auf den helleren. Funktioniert aber rund ums Jahr dadurch ganz gut, wenn ihr... Tolles Produkt. Art Deco ist sehr, 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 sehr teuer. Zu Recht. Es sind gute Produkte. Hier in Deutschland gemacht. Es ist ein Familienunternehmen. Finde ich gar nicht so schlecht. Das auch zu unterstützen. Und es gibt es ja jetzt auch in der Drogerie. Und ab und zu gibt es ja bestimmt mal einen Code oder einen Coupon. Oder so. Das hat die Emilia mittlerweile ganz gut hinbekommen. Ein Produkt will ich euch noch gerne zeigen. Ist von Kiko. Der Scalping Touch Creamy Stick Contour. Creamy Contour Stick in der Farbe 201. Das ist mein Daily Driver. Damit konturiere und bronze ich jeden, jeden Tag. Habe ich auch heute drauf. Lässt sich super gut verblenden. Ist ein richtig schöner Ton. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Egal ob heller. Egal ob deutlich dunkler. Tolle Shade Ranges. Sehr, sehr günstig. Und hält euch ewig. Schaut gerne mal so ein bisschen auf die Produkte drauf. Und auf den meisten steht ja auch immer Made In. Also wo das Produkt hergestellt wurde. Bei Puder Produkten würde ich euch immer empfehlen. Geht gerne Italien oder Polen. Italien und Polen haben tolle Fabriken für tolle Puder Produkte. Und ihr habt dort natürlich dann auch die Chance. Dass einige Produkte in den selben Fabriken produziert wurden. Es ist ähnlich wie bei. Wenn ihr zu Lidl geht. Dann gibt es einmal Milbona und dann gibt es einmal Milka. Eine andere Marke. Es ist dasselbe Fabrik Ding. Nur eine andere Verpackung. Nur mal so als kleinere Infektion. Ich bin sehr gespannt welche euren Top Bronzer und Top Blushes sind. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Passt auf euch auf.